Wir schmieren hier den Elektromotor, die Lager. Vielmals ist das Problem, dass wir die Motoren hier oben schmieren, dass wir zu viel Fett drin haben. Wir haben eine konstante Einwirkung durch den Druck, dass das Gang ein bisschen geschmiert wird. Was sicher auch erfolgreich ist, dass wir über die ganze Saison das Fett auch am richtigen Ort haben.